hallo und jetzt kommt es in folge aus fliegt so gut von einem auftrag angenommen natürlich wieder stechlos wechseln das mag ich eigentlich nicht so aber gut für es zu machen mit dem abgeschraubt hier festschrauben jetzt nicht mal geschaut macht aber gut so perfekt doch irgendwo ist noch eine steckdose die kaputt ist die sind schon ranzig steckdosen es ach so so das hier hallo wo kann sie sich anschauen was hallo hallo ja entschuldigung aber ja sorry aber was werde ich machen oh hallo ich weiß nicht was ich machen soll mal hä was ist denn das kaputt gegangen oder was ja gut ich gehe mal wieder zurück ins büro wo ist denn hier zurück zum büro vielleicht bin ich auch einfach nur doof kann auch sein aber naja mal gucken mal gucken ich glaube das hier war es oder ja 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 also nur von vorne na gut mal gucken ob das funktioniert komisch komisch erst das hier komplett rein das hier komplett rein und auch das hier komplett rein und dann hä warum kann ich es denn nicht festschrauben was ist das wieso kann ich es nicht festschrauben was mache ich denn falsch noch alle drin auch kommen also wenn jemand weiß dass jeder Fehler ist gerne in die Kommentare schreiben so hier war ja nichts drin oder ähm so wie hier mal streichen ok ähm aha das ist natürlich eine krasse Farbe äh doch mal klein noch eine reicht eh nicht und dann noch grau na gut grau, 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 grau grau so was haben wir denn grau so so die Küche dass ihr ein bisschen Farbe kriegt hier vorne wir mal rot oder nein drin ist nochmal grau, ja das hätte ich müssen eigentlich weiß lassen aber es ist schon rot so wie das aussieht wenn ich das innen drin grau mache das gehe ich ja es geht mir zu hause würde sie nicht so machen aber ist ok ist in ordnung hm ja noch es geht es geht ah ok bisschen aufmachen hier dass der büro von der Farbe abzieht ich glaube so viel Geld bringt es gar nicht hier schade im nicht aufmachen er wäre med nicht so richtig teig so m Ich find's halt auch ein bisschen schade, dass man die Decke nicht schreiten kann. Ist von da was gewesen. Ich find's falsche Farbe. Ich find's halt auch ein bisschen schade. Das Streichen ist irgendwie nicht so mein Ziel. Ich mag das auch in echt überhaupt nicht ey. Boah, da kann ich kotzen. Wenn ich jemand streichen muss. Das geht nicht ey. Seht dann lackiert. Aber streichen mag ich überhaupt nicht. So ne Wand, die sich streichen ist so. Das ist nicht schön. Manche lieben das ja, aber ich mag's überhaupt nicht. Ich verleg ich mach die. Mach ich graue. Oder? Mach die Wand grau und die hier mach ich noch rot. Dass Farbe leer wird. Oder? Nö, die können wir eigentlich doch verkaufen. Nö, die können wir nicht. Dann lass ich stehen. Fertig. Dann lass ich stehen. Fertig. das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nö, das geht eigentlich. Nö, das geht eigentlich. hier so hier hier streichen Nö, keine Aufgabe, okay Das sieht hässlich aus, das Zimmer Gott Boah, ne Gar nicht Nein, grün, okay Aber nicht so ein grün Boah Das kühlen sie da schlimmer aus Vor allem hier drin mit der gelben Bettdecke Und Den blauen Bildern Oh Gott Ich nehme wieder raus So warum nur 91 Prozent so das ist doch roten die Stelle hier fehlt noch aber ich glaube an der liegt es nicht oder hoffentlich glaubt es noch und jetzt vielleicht ist es hier noch ja hier noch rot jetzt vielleicht auch Aber... Er war bestimmt noch was der Gessen. Ja und wo bitte hab ich was vergessen? Äh. Och komm. Wo hab ich denn was vergessen? Naja egal, wenn da einer weiß wo ich hier was vergessen hab, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja das war's dann auch von der Folge. Wenn ich die Folge fand dann könnt ihr gerne Like und Abate lassen. Und ja bis zur nächsten Folge. Ciao.